Hallöchen. Weil er nicht mehr ein Skiller gespielt. Deswegen möchte ich das jetzt gerne nochmal... ...tun. Bin ich mal gespannt. Ich will hauptsächlich meinen Rift noch voll kriegen. Und meine Erdnüsse essen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, um Runden zu kriegen. Hm. Abschuldig, schnell. Habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, also... ...schauen wir mal, ob das was wird. Ja, bei meinen zwei Levels mit ihm nochmal verloren. Das heißt, mit ein bisschen Glück klicke ich nicht gar nicht so starke Spiele. Ich bin ja nicht so der erfolgreiche Killer. Na na. Hm. Zwei Leute haben nicht... ...bestätigt. Das ist ein geheimes. Nein. Oh, die Trotte. Mal schauen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... mal sag mal sicherlich gesehen nicht so schlecht die will die ganze zeit bodyblocken kann das sein ja 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 Leu! Was ist das? Was ist mein Haken? Ich bin so blöd, ich habe den Haken nicht gesehen. Das hat mich voll versaut. Also ich stelle mich auch für den Anfänger gerade dran. Der Generator beschädigen ist ja toll. Aber ich brauche erst einen aufgeregen. Hi. Bisschen Erfahrung habe ich auch. So. Ah, die hat den gerade... Okay. Ist sie schon wieder da? Nein. Okay, macht sie gut. Ist wieder da. Hätte ich mir noch mal in meinen Haken. Ah. 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 Den haben sie fertig. Den haben sie fertig. Oh. Da ist der mit gerannt. Gut. Muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Oh. Du bist in der Berg. Fuss. Bist du gut, was du tust? Oh. Ah. Ah, verstehe. Nein, bist du nicht. Gucken. Glaub ich mich blocken oder so? Die ist genau in der... Nee. Jetzt aber. So. Schon runter? Nee, noch nicht. Was ist denn da? Scheiße. Ja. Jeden Moment hab ich zu beschlungen. So mega toll ist den Decker dann auch nicht. Aber die haben auch erst zwei Generatoren. Also die stelle mich jetzt auch nicht so ein Meter drauf an. Ich geh mal auf die Verletzte. Bist du? Da. Ja. Jetzt zwei Generatoren haben Schickpflicht. Ja. 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 Ich hab mal nehm Deckbomb. Ja. Was ist das eigentlich? Ah, das ist, wenn die sich heilen. Die ist das schon. Ja. 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 Ist da ein Palletto? Ist das offen? Da bist du. Scheiße. 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 A rod. It's a goat. 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 Ich gehe immer so weit. Haken. Okay. Okay. Oh, das ist jetzt nicht geschafft. Mal schön gedacht. Aber... Oh, der ist noch kaputt. Oh, der ist noch kaputt. Oh, der ist noch kaputt. Okay. Oh, der ist noch kaputt. Okay. Okay. Schütteln aus. Nein. Okay. Kann ich den unbedingt beschützen? Nein. Ja. So weit. So weit. So weit. Nicht so mega nah beieinander. dann Das ist unglaublich, die Menschheit. Ich werde jetzt abwechseln an den beiden dran. Sorry. Ja. Voll leck. Unglaublich. Das können sie gut, ich nicht so. Ah! Ich auch. Wie lange so nah bist du, oder ganz? Ich hoffe, dass du jetzt mal nicht schon wieder... Ich habe es noch nicht gewonnen, ich habe es noch nicht gewonnen. So. Wo bist du? Das sehe ich wieder nicht. Oh, leck. In diesem Feld sieht man nichts. Oh. 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 Ich hab nur einer aufgehängt. Also, geopfert. Gut, hab ich versaut. Die waren nicht so gut, aber ich war noch schlechter. Zumindest hab ich das komplett gekriegt. Und ich hab sauvier Punkte gemacht. Nö? Also war es gar nicht mal so verkehrt. Ich muss halt noch besser werden. So. Was haben wir denn hier noch? Na, das Wetter. Was müsst ihr hinhauen? Hup. Es gab trotzdem super viele Punkte. Das find ich total krass. Ich hab echt sauviele Leute getroffen und, und, und. Dings gemacht hab. Äh, beschädigt hab. Ich hab's noch einmal. Mach mal so. So. Was ist das eigentlich? Die waren halt auch gut im Ablenken und Zeugs. Hier muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr... Ähm. Mit ne Taktik aneignen. Die haben auch die ganze Zeit manipuliert. Das hat genervt. Hauptgebäude. Okay. Ich hab auch kein einziges Mal mit meiner, äh, Fernattacke getroffen. Ich spiel's gerade auf, äh, Speed. Ich spiel's gerade auf Speed. Okay. Okay. Das ist schon mal gut. Okay. Okay. Ich spiel's gerade auf die Haare und schlauze. Oder haue sie. Nein. Und sie ist ganz gut im Ablenken. Bäh. Ich mach jetzt erstmal das hier. Auch das hab ich versorgt gerade. Ich mach jetzt mal. wir gehen abartig ich stehe aber für mich recht günstig, ob ich das Gefühl kann sein ich stehe dann Was ist das? Hi meiner auf dem hügel hatte ich schon die erfahrung gemacht die haben schon drei generaktoren machen die das so schnell das toll hallo hallo nein Warte, ist hier kein Schrank oder so? Hi. Ich habe noch eine Aufgabe, die sie nicht gerade noch macht. So. Sorry. Soll mir recht sein an der Stelle? Ganz toll. Oh, leck. So. Ich tue sie nicht. Boah, das ging schnell. Dann sind sie wieder alle weg. Bis auf einen. Oh, da ist der Ausgang. Ganz toll. Lade raus. Was soll ich machen? Ich bin echt noch schlecht als Killer leider. Zumindest habe ich das geschafft. Okay. Okay. Aha. Was machen wir das? So. Vielleicht eine Runde, die etwas besser läuft. Zumindest sind sie nicht alle abgehauen. Gut. Das Video fand cool. Bis mal. Was ist das? Hm. Nicht gut. 5 Speerspitzen. Okay. Das würde ich gehauen. Na. So, dritter Versuch, nicht ganz schlecht zu sein. Kategorie Opfer, ja, meine Spezialität. Also mittlerweile halte ich mich ja als Überlebender schon für passabel, ganz gut. Aber Killer klappt momentan auch gar nicht. Ich finde das immer faszinierend, wenn ich dann Überlebender bin und es gibt dann Killer, die die ganze Gruppe komplett ausmerzen. Fantastisch. Kann ich nicht. Gut. Schrottplatz. Ach du Kacke. Lass doch schon mal anfangen. Keine Ballette? Keine Ballette. Upsi. Mal doch. Das war zu früh. Ich müsste machen, weil ich einen Schlag auskürzen würde. Das war ganz gut. Und das war nicht ganz so gut. Haben die schon... Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß, dass die schon einen Warten haben. Einen beim Warten nehmen. Ich weiß noch nicht. Oder? Ne. Upsi, Halliwäsche. Okay. Kannst du gut? Geht so. Das ist sehr weit, den Weg, den ich mir da ausgeräumt habe. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Doch, das schaffe ich. Oh, das ist so. So. Nein. Okay. Ist tolerant, in welche Richtung zu meiner aufgehängten. Ist das nicht so? Nicht Tunnel. Die war jetzt aber auch in der Nähe wahrscheinlich. Wenn ich euch sehe, dann nutze ich das aber auch aus. Ok, hallo Nancy. Willst du es wieder versuchen? Also wo treffe ich dich aber? Wo treffe ich dich erst recht? Das ist schon zum zweiten Mäuerchen. Das ist nicht so weit weg. Stimmt, jetzt. Wir sind alle recht nah beieinander, was ein toller Vorteil für mich ist. So, und ich bin versteckt. Dieses Park. Das war einfach für mich. So. So. Das ist ein zweites Mal. Hallo. Wenn ich dich sehe, sehe ich dich. Oh. Irgendeiner hängt immer. Das muss ich dir nicht auch schon alle recht häufig aufgehängt haben. So. 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 Das. Das. Hallo. So. So. Meiner. Darf ich? Ja, darf ich. So, einer weg. Das ist schon mal okay. Kratz-Spuren. Okay. Muss jetzt einer durchgerannt? Ja, hallo. Oh, ihr gebt auch letztes Urteil. Na, die Runde ist doch ganz gut. Na bitte. Ach, dude. Na wohl. Ist egal, die sehe ich. Sorry, aber das kann ich. Was machen die so oft bei mir? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab's. Was ist das? Lass mich noch ab. Nicht mehr so viele da sein. Cool. Was mit dir? Wo ist Geld ich? Ich guck mal, ob du noch Generatoren machst. Guck mal, ob ich die Lucke irgendwo sehe. Hoppsi, was da hinten? Hm. Uäh. So. Wo ist noch ein Haken? Da ist ein Haken. Ich weiß, du hängst jetzt auch zum dritten Mal. Da hab ich zumindest mal drei. Wo war's? Wo war's? Irgendwo. Ich guck mal, gibt's ein Hauptgebäude, wo die Lucke sein könnte. Das ist meins. Das ist cool, dass die Messer vom Trickster dahin hängen. Oh, hallo. Also egal wie's ausgeht, die Runde war gut. So, Ausgang. Es gibt nur zwei Orte, wo du sein kannst. Und der ist es offensichtlich nicht. Ich krieg's zumindest mit, falls er das Ding öffnet. Äh, öffnet. Du kannst dir nichts sagen. Ich muss ja zwischen beiden ausgehen hin und her. Auf jeden Fall ist das eine super gute Runde. Egal was du sagst, was passiert. Na, hast du's offen? Ja, hast du's offen. Sehr gut gemacht, Mädel. Ja, hast du's offen. Obvious? Ich hätt's offen... Ach, komm schon. Ich lass dich doch entkommen. Aufgeberbonus ist supergeil. Geile Runde. Ne? Ob das nochmal geschafft? Na bitte. Sehr cool. Mir reicht's zu wissen, dass ich's hätte schaffen können. Ich hatte Spaß. Das war ne geile Runde. So, hab ich den Spalt fertig? Äh, natürlich noch nicht ganz. Nun muss ich mal noch eine spielen. Ähm. Ähm. Ist das klar? Oh, das ist schon einiges an... Gingeln. Okay. Spaten. Guck, Kategorie... ... ... ... Kann ich, glaube ich, ein bisschen auch sein. Nicht gut. So schlecht als Killer bin ich dann so weg nicht. Man muss auch echt Glück haben, manchmal muss man sagen. Let's go! Noch so viele Blutpunkte. Aber dann habe ich den Spalt, glaube ich, voll. Oh, ne Cheryl. Ja, wir müssen spielen. Steve. Super. Come, Cheryl. Gibt es auch noch einen Perk? Warte. Was ist das da? Kein Zimmergriff. Ah, ja. Das ist gar nicht so blöd. Egal. Nur noch 26.000 übrig, das ist voll cool. Wenn ich jetzt noch eine super gute Runde hätte. Mit so viel Punkten, das wäre toll. Ansonsten muss ich noch. Da muss ich noch zwei. Ah, ich habe vergessen. Ne, habe ich nicht. Das war die tägliche. Stimmt, deswegen hatte ich so viele Punkte. Jigi. Im Sumpf habe ich noch nicht Killer gespielt. sind die jetzt schon wieder alle es gibt immer da sind sie ich sehe dich Nicht mehr hier. Da vorne. Fast. Okay, durch die Wand durchklippen ist eigentlich unfair, aber ich beschwere mich mal nicht. Wirst du mit diesen vormschönen Hacken? Ist der noch kaputt? Ja. Na gut. So, warten. Da sehe ich dich. So, drauf. Der ist fast kaffig. So, jetzt. Guck mal, ob ihr den noch in der Nähe seid. Habt ihr den noch nicht abgehackt? Was habt ihr den noch nicht abgehackt? Das war knapp, Jungs. Hier war fast ein Fahrsitz. Das war schön. So. 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 Übel für mich. Was ist das für eine scheiß Karte? Der komme ich gar nicht zurecht. Der Karte. Als Killer zu diesem. Das gibt alles Punkte. Das tut mir ein bisschen leid. Aber das ist mir auch schon passiert. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ach, bin ich blöd manchmal. Du schon wieder. Hi. Ich habe schon zweimal. Ich habe schon zweimal. Oh, leck. Der liegt aber immer noch auf dem Boden. Oh, hi. Getroffen. Oh, zwei andere getroffen. Da ist der Haken, der Nächste. Da ist einer. Da komm ich auch hin. Oh, cool. Ich hab gesehen, wie ich kaputt machen kann. Mach ich das? Sorry, hab ich gesehen. Ich hab nicht geklemmt. Getroffen. Dann... hab ich zu meinem Liebzacken rennen. Hier. Schade. So, wie schaut's aus? Was? Das hätte nicht sein müssen. Sag mal. ... ... ... ... ... ... Sorry, das kann ich. ... 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 hab ich noch kein einziges Mal gekriegt. Oh meinst du, oh meinst du. So. So. Warte, was ist Sherry? Tja. Oh, das gönne ich mir jetzt den Sieg. Na gut, die ersten zwei Runden waren scheiße, die letzten zwei waren richtig toll. So, gewonnen. Nice. Das war mal ne richtig gute Runde. Und ich kam so schlecht auf dieser Gute zurecht immer. Nice. Juhu. Gruppe 10. Cool, dann hab ich alles geschafft, was ich heute machen wollte. Jetzt hab ich... Ah, ich bin so blöd. Ich hab mir die Dinger angucken sollen. Ich hab drei rote. Cool. Aber ich wollte unbedingt diese Belohnung haben. Ne? Das werd ich dann nicht mehr kriegen. Ach, das ist der... Weihnachtslattich. Für wen ist denn der? Oder für alle? Ne, für drei. Ich komm wahrscheinlich nicht mehr zurück in die Wertung, was schade ist. Egal. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. So, äh... Was ist das denn? Okay. Was fehlt noch? So, was fehlt noch? Ich bin blind. Okay. Fluch für 25. Äh... Warte. Geil. 36 Meter Radius ist ziemlich cool. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Für die letzten zwei Runden. Oh. 60 Sekunden. Achso. Jetzt... Äh... Geht's öfters. Vorher waren es irgendwie 80 Sekunden. Da. Zwei Stück. Zwei Stück. Ähm... Achso. Das ist richtig. Das ist genial. Das ist genial. Das ist auch ziemlich cool. Ich... Ich bin da nicht sicher. Das ist cool. Ja. 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 Ich bin da. Die Keller... Okay. Das tut ich nicht. Das tut ich nicht so. Farbenwild. Das brauche ich aber nicht so oft. Okay. Soll für heute genügen. Ich werde noch meinen Spalt... Ah, meinen Leitfeld. Genau so heißt es. Tada. Ich schließe 5 Drohnen auf. Während des Endspieluntergangs einen Überlebenden... Okay. Guck mal, wir machen. Na so, die Karten kriegt man auch so ganz, ganz langsam. Cool. Ja, das kommt dann auch. Cool. Ich bin sehr zufrieden. Bin total happy. Cool. Dann soll es das jetzt für heute gewesen sein. Ist wahrscheinlich schon nach Mittelnacht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. So wie immer. Bis dahin. Ciao. Ciao. Vielen Dank.